Herzlich willkommen auf dem Kanal Darmgesund. Ich bin Jennifer Brumm, zertifizierte Ernährungsberaterin, angehende Heilpraktikerin und Gründerin von Darmgesund. Ich lebte viele Jahre an einem sehr schweren Reizdarmsyndrom und bekam später die Diagnosen CFSME, also Chronisches Erschöpfungssyndrom, musste einige Jahre künstlich ernährt werden und war bettlägerig. Da die Schulmedizin mir nicht weiterhelfen konnte, eignete ich mir über die Jahre Wissen im Bereich Darm, Mikrobiom, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und Stuhltransplantationen an und schaffte es schließlich mit einer radikalen Ernährungsumstellung mit diversen Nahrungsergänzungsmitteln und vielen Stuhltransplantationen meine Symptome massiv zu lindern. Nun darf ich selbst als Ernährungsberaterin und angehende Heilpraktikerin Betroffenen helfen und habe daher Darmgesund gegründet. Dieser Kanal soll dir Informationen geben zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, Darmaufbau, Mikrobiom, Ernährung und Stuhltransplantation. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir viel Spaß auf dem Kanal Darmgesund.